Moin moin, willkommen zu einem weiteren Part, zum letzten Part von Let's Play, The Legend of Spyro the Eternal Night. Nun, mal wieder hat man lange nichts mehr von mir gehört, das Sound ist bis zu laut, so, ich hatte halt Abitur halt zu tun und letzter Schultag und so, ne? Und ich erinnere mich, das schon gezeigt zu haben. Nun, ähm, gibt es ja noch einige Sachen, die ich hier in diesem Spiel noch tun muss. Äh, das werde ich alles in einem Part quetschen, habe ich mir jetzt so gesagt, nämlich bei Extras. Jo, da habe ich ja jetzt noch die Drachenherausforderungen zu spielen und das wird dann jetzt auch gemacht. Fünf Stück sind das, ich hatte vier in Erinnerung, aber egal. Und die werden jetzt gemacht. Äh, ja, wie gesagt, lange hat man nichts mehr von mir gehört. Ich habe zu Dawn of the Dragon immer noch keinen Partner, demnach. Naja, es wird eh dauern, bis ich das Let's Playen kann, weil ich noch nicht den Fernseher nach wie vor da habe. Spyro wechselt während dieses Kampfes mit, äh, willkürlich zwischen den Elementen. Und das soll dann unseren Schwierigkeitsgrad erhöhen, sozusagen. Äh, der Rauschschutz ist in der Kamera und die greifen mich so schon an. Ja, das ist ja ziemlich typisch für dieses Spiel. Das ist verdammt freundlich vom Spiel, dass die mir nicht mal Zeit lassen, irgendwas zu machen. Nun, wie gesagt, letzter Part des Let's Plays. Ähm, und ich hatte mir so gedacht, eigentlich... Wow. Eigentlich brauche ich ja gar keinen Timer, weil ich das eh in einem Part alles mache. Ähm. Auch wenn ich letztes Mal... Letztes Mal, als ich, äh... Mein Let's Play zu Legend of Spyro... A New Beginning abgeschlossen habe. Da habe ich gesungen. Auf der einen Seite habe ich dafür positives Feedback bekommen, auf der anderen Seite negatives. So wie eigentlich immer, wenn ich bislang gesungen habe in meinem Leben. Es gab Leute, denen gefiel das und es gab Leute, denen gefiel das nicht. Angesichts dessen, dass das hier sowieso nur noch die Drachenherausforderungen sind... Und diesmal nicht, wie beim letzten Mal noch der Endkampf vor uns ist. Denke ich, ist das Singen an dieser Stelle auch etwas angebrachter, als beim letzten Mal. Ähm. Außerdem würde das mal so die Entwicklung für diejenigen zeigen, die es interessiert. Also, wie ich mich so gesanglich verbessert habe. Ich hoffe doch, dass ich mich verbessert habe. Letztes Mal habe ich da ja irgendwie irgendeinen Song rausgesucht. Den ich auf meinem Handy hatte. Das könnte ich dieses Mal wieder tun. Man merkt auch deutlich, dass ich nicht mehr im Gameplay drin bin. Also, dass ich mir das schon abgewöhnt habe. Schon. Äh, quasi. Und... Ja. Damit ich mir jetzt natürlich ein Lead... Was? Der war doch eben noch auf Elektro... Oh, egal. Damit ich mir ein Lead raussuchen kann. Wow. Oh, Mann. Ähm. Habe ich jetzt schon mal... Ich sollte mich auf das Spiel konzentrieren. Sonst werde ich hier rumgekickt nur noch. Alter. Ich habe es nicht so schwierig in Erinnerung. Ich hasse Eisbomben. Ich hasse diese Gegner. Ich hasse einfach... Pass auf, Welt! Ich hasse einfach... Ja, ich will das beenden können. Ich habe es begriffen. Ich konzentriere mich dieses Mal. Konzentration. Was? Wieso sind die... Äh... Äh... Ey, die schon ausgeführten Angriffe... Die werden auch noch so umgewandelt. Das ist schon echt schlimm. Ich komme auch mit der Helligkeit in dieser Gegend auch überhaupt nicht zurecht. Ich weiß, dass das wie eine Ausrede klingt. Ich hätte nicht so Devil May Cry vorher spielen müssen. Da ist die Gegner-KI relativ dumm. Also dafür, dass man da ziemlich asoziale Gegner vorgesetzt bekommt, hat man da eine Gegner-KI. Also die laufen auch öfter nur so rum und versuchen nicht einen anzugreifen. Wir versuchen es ja gleich 20 auf einmal. Da muss man erst... Äh, nein, ich brauche das ja gar nicht. Und die Gegner erscheinen wahllos irgendwie in der Gegend. Auch da, wo ich gerade langlaufe. Und ich bekomme dauernd irgendwelche Sachen in die Fresse geklatscht. Von diesen Fichsern, die sich mit ihren Bomben rumschmeißen müssen. Weil sie es lustig finden. Ja, genau so. Den wollte ich. Den wollte ich machen, den Schwall. Um... 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 Sorry für die wenige Kommentation. Aber das Spiel ist gerade relativ schwierig. Alter, wie die mich abfacken Wie die so einfach mal komplett zusammenarbeiten Und diese Art von denen zu rennen Es regt mich einfach gerade richtig auf Das Spiel regt mich gerade wieder einfach nur richtig auf Das habe ich sonst nicht Glaubt es mir, das habe ich sonst nicht Ich kann euch nur eins sagen Ich hasse Affen Und Hunde Und jedes andere Tier Das in der Lage ist, mich anzuspringen Dafür, dass es das kann Und dafür, dass es das tut Nein, 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 nein Nein, jetzt nicht Die waren doch sonst nicht so schwer Sonst habe ich das immer geschafft In einem Versuch Oh, wie mich das gerade abfuckt Ich hasse euch Wisst ihr das? Ich kann ja nicht mal so schnell gucken Wie die mich anstürmen hier Oh, wie die mich anstürmen hier Ich habe mir das ... Hmmmm... Hmmmm... Boah... Ich spiel nie wieder... ...ein schwieriges Spiel... ...sage ich... ...und ich werde es trotzdem wieder tun... Oh Mann... Was?! War das schon gerade der erste Hund oder was? Knurren die Affen inzwischen auch so... ... 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 Hmmmm... Hmmmm... Hahaha! Das sah irgendwie cool aus, fand ich. Meine Fresse! Schneller als ich gucken kann, habe ich zwei Hundefressen in der Fresse. Ich habe Fresse in der Fresse, ja sicher doch. Bitte sag, es ist jetzt vorbei. Du hast diese Drachenherausforderung bezwungen. Okay. Schön. Dafür, dass ich das alles in einem Part machen wollte. Ähm... Dafür ist das jetzt ziemlich dämlich. Aber egal. Nächste! Ja... Drachenherausforderung. Die zweite. Und zwar mache ich jetzt wieder wahllos ein Lied an. Wie beim letzten Mal in The New Beginning. Und das werde ich dann gucken, ob ich das singe. Ihr seid gewarnt, wenn ihr das nicht hören wollt. Dann hört weg! Es sind eh nur die Drachenherausforderungen. Das müsst ihr euch theoretisch gar nicht reinziehen. Oder... Nein! Guckt mal! Guckt mal! Ich bin so freundlich. Ich blende an dieser Stelle... Ich glaube zumindest, dass ich das tun werde. Blende ich einen Link ein. Und der zeigt euch, wann ich aufhöre zu singen. Ja... So freundlich bin ich. Das mache ich dann aber erst in der nächsten Drachenherausforderung. Da habe ich wenigstens keinen Zeitdruck. Jetzt habe ich, wie ihr sehen könnt, Zeitdruck. Äh, wie ihr sehen könnt. Und deswegen muss ich das jetzt alles schnell machen. Deswegen rede ich auch so viel. Ich hasse Piraten! Ich ha... Nein, nein, ich liebe Piraten. Fluttecker Rimmig ist geil! One Piece ist auch geil! Auch wenn es einer von diesen Standard-Animes ist, die halt jeder guckt und kennt und alles und scheiß und... Aber ich habe nun mal nicht viel Zeit, okay? Deswegen kann ich nicht großartig nachdenken. Ich kann nicht nachdenken, was ich sage! Ich kann ja den scheiß schwarzen Modus ja noch gar nicht. So einen Scheiß, ne? Der könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Aber nein, den schaltet man ja durch die Drachenherausforderungen erst frei. Kann ich eigentlich mal ne Stufe erhöhen? Nein. Die geben mir auch gar keine blauen Edelsteine. Das ist natürlich ganz besonders toll. Und vor allem, es ist das, was ich jetzt gebraucht habe. Genau. Ja. Hm... Hm... Long Flail. Meine Fresse. Es sind immer noch welche da. Könnt ihr es glauben. Was soll das denn? Hör auf mit der Zeitlupe. Hör auf. So. Du hast diese Drachenherausforderung bezwungen. Äh. Ehrlich gesagt in ziemlich wesentlich kürzerer Zeit als ich das jetzt erwartet hätte. Egal. Ähm. Wir machen die neue Drachenherausforderung. Äh. Ich hoffe die gehen alle jetzt so schnell. Und ich werde das nächste Lied jetzt dann singen. Ich habe schon auf Zufallauswahl eingestellt. Und. Äh. Es kommt dann natürlich darauf an wenn es ein Instrumental ist dann muss ich das überspringen. Oder wenn ich es nicht singen kann weil ich es nicht auswendig kenne oder so. Ne. Besuch auf Ende um es zu gewinnen. Natürlich. Gibt es hier auch irgendeine Vorgabe? Ne. Das ist ja strange. Keine Vorgabe. Na denn. Aber bestimmt ist an den Gegnern dann irgendwas besonders oder so. Es ist einfach besonders schwierig. Oder keine Ahnung. So. Ähm. Ich blende an der Stelle wo ich kurz davor bin anzufangen zu singen blende ich dann den Link ein. Und so. Und so ein Scheiß. Ich hasse es wenn die sich teleportieren. Ich bin schon im überlegen ob das mit dem singen überhaupt umsetzbar ist. Ob das dafür nicht doch zu schwer ist jetzt gerade. Einfach nur. Naja. Sei es drum. Ja. Ich habe es gewusst. Das kann ich nicht singen. Der Name sagt mir nichts. Das ist ein Instrumental. Ähm. Und das will ich nicht singen. Warum? Warum mache ich überhaupt Zufall aus? Wenn ich es eh nicht mache. Ich kann mich nicht mal fortbewegen. Ich kann mich nicht mal fortbewegen. Hallo? Lass mich raus. Ich habe es überlebt. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es überlebt. Ich habe es nicht überlebt. Ach man. Auf geht's. Es ist einfach nur besonders schwierig. Denke ich mal. Nein, das will ich alles nicht singen. Das auch nicht. Nein. Ich will nicht mal was ansatzweise Vernünftiges. Äh. Egal. Ich weiß nicht. Sind die Gegner hier besonders kampfwütig gerade? Ihr müsst mal auf die einzelnen Gegner achten. Das ist echt schlimm. Okay. Das nächste Lied singe ich. Egal was es ist. Okay. Das kann ich nicht singen. Ich kenne es nicht. Das ist ein Instrumental. Meine Fresse. Ja, ich hätte mal alle aussortieren müssen vorher. Jetzt habe ich wieder keine Zeit, es rauszusuchen. Jetzt muss ich mich gerade wieder konzentrieren. Konzentraten. Ich sollte einfach nur häufiger meinen Schwall einsetzen. dann geht das. Gab es diese lilanen Edelsteine eigentlich? Also die, die die Schwallleister auffüllen? Gab es die überhaupt im normalen Spielverlauf? Ich erinnere mich gerade nämlich nicht daran, sie da gesehen zu haben. Schon wieder. Okay. Neuer Versuch. Den kenne ich nicht auswendig. Den kann ich gar nicht sehen, weil ich weiß, dass ich das stimmenmäßig nicht kann. Das kenne ich auch nicht auswendig. Und den mag ich auch schon wieder nicht. Okay. Diesmal. Ich hasse mich jedes Mal dafür, wenn ich sowas tue. Wenn ich meine Versprechen nicht halte. Ist doch blöd, das mit einem Kampf rauszusuchen. Ich weiß noch bei In New Beginning, als das noch geklappt hat. Hat das noch geklappt? Hab schon wieder so lange nicht aufgenommen. Ich bin schon gar nicht mehr gewohnt. Oboak. Jade Fighter. Sind das dabei da, da, da. Sind das die letzten? Ich hasse es, wenn Gegner sich teleportieren. Fickt euch. Nein, es sind definitiv nicht die letzten. Es wäre zu schön gewesen. Nein, dazu gibt es noch unsichtbare Gegner, die diesen Scheißangriff können. Ja. Ja. So, ein letztes Mal. Ich habe wieder kein gebräuchliches Lied bekommen. Scheiß ausreden. Hör auf mit dem Scheiß. Ich hasse Gegner, die auf mich zurennen. nein, 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 nein. Leben, 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 Leben! Gerne mit! Ich muss das doch nur noch überleben, jetzt kriege ich einen neuen, jetzt kriege ich einen neuen vorgesetzt, wollte mich verarschen, wollte mich verarschen, wollt ihr mich verarschen? Ja, ja! Geblieben, geblieben, geblieben! Ich brauche es! Jaaaaa! Was? Noch mehr! Ja, warum nicht? Okay, ich versuche wieder Nein Ich habe so hohe Ansprüche daran, dass das ein guter Song sein soll Ich glaube, ich erwarte einfach zu viel So Ich rechne jetzt damit, dass das ein längerer Kampf wird Hehe Ja Ähm Was auch immer das sollte Äh Ist das jetzt geschafft? Äh, hallo? Hallo? Spiel? Was hast du gemacht? Spiel Spiel Der Gegner ist einfach aus dem Spielfeld raus Und ist verschwunden Er ist nicht verschwunden? Was ist passiert? Wieso ist die Drachenherausforderung nicht zu Ende? Oder sollte ich jetzt einen neuen Gegner vorgesetzt bekommen? Und dafür hätte der jetzt eben verrecken müssen Aber er ist nicht richtig verreckt Spiel, du bist so gemein zu mir Was ist passiert? Jetzt ohne Scheiß Was ist passiert? Nein Die wollen neue Äh, nö Pff Ich entwickle gerade so einen Hass auf die Welt Äh, ich hab's ja nicht geschafft Ich hab's ja nicht geschafft Nein, nein, nein Du darfst es nicht geschafft haben Nein Das wäre gegen die Natur Gesetze Dass du es schaffst Dieses Spiel durchzuspielen Meine Fresse Ich krieg Sonnenhals Mann Sonnenhals krieg ich Die Aufnahme wird schon wieder viel zu lang Nur weil ich von dieser Scheiß hier aufgehalten werde So Zum Abreagieren singe ich jetzt Das nicht Das auch nicht Das kann ich gar nicht singen Das ist Ah Ah Ficken Es ist echt schlimm Letztes Mal Ein Versuch Und dann hat es geklappt Hab ich noch in Erinnerung Dass das so war Und dieses Mal Will es echt nicht klappen Ich hab mir zu viel Ich hab zu viel Musik auf dem Handy Glaube ich Oh aus Unter Boah, was hab ich da? Ich hab mich voll an meinen Rauschschutz gelehnt. Schubst mich nicht rum, ich will nur den Schwall machen. Meine Fresse. Ne, ich krieg nur noch Sachen vorgesetzt, die ich nicht mehr sägen kann. Ey, ne, ne? Ohne Scheiß, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Wo ist ein Lebenskristall? Wo ist ein Lebenskristall? Da hinten. Ohne Scheiß! Habt ihr gesehen, was das für asoziale Gegner sind? Die rennen euch an, ja? So dass ihr durch die Gegend gerollt werdet Und dann machen sie diesen verkackten Angriff Der euch so viel Vergissen, viel Leben abzieht Und ihr könnt nichts dagegen tun Meine Fresse Ach nö, ich kann gar nicht den Schwall machen Diesmal soll es funktionieren, bitte Ey, ohne Scheiß Ich krieg zu viel Ich krieg echt zu viel Das mach ich doch in zwei Parts Bäh, das Spiel will mich nicht haben Ich mach es doch in zwei Parts Wir sehen uns dann im nächsten Part Wo ich dann Diesen Scheiß hier machen werde Und dann werde ich auch singen So viel zum Thema, das könnte überspringen So viel zum Thema, das ist nur ein Part Aber das Spiel fackt mich gerade einfach so ab Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Weil es zum letzten Mal heißt Let's play The Legend of Spyro The Eternal Knight Bis dann Tschüss Sdire lose Bis dann Tschüss Dar